Ein Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen und da würde ich mich auch freuen. Ein feuriges Heyho und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Phoenix PP. Heute zocken wir mal wieder ein, zwei Runden Endergames auf dem gom.ad.net-Server. Ich habe gerade mal das Delfinkit ausgewählt, weil ich gerade Bock hatte. Ich sehe hier gerade, da hinten ist doch ein klein wenig Wasser. Heute habe ich mal wieder ein paar Themen anzusprechen. Gab es jetzt länger nicht mehr. Ja, eigentlich war das ja früher immer so, dass ich so gut wie in jedem Video eigentlich ein Thema angesprochen habe. Mittlerweile war es jetzt längere Zeit eigentlich jetzt nicht mehr so. Zumindest waren es nicht so wichtige Themen. Ein Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr darauf eingeht. Und ich werde später genauer darauf eingehen und mich würde es wirklich freuen, wenn ihr das Thema, sage ich mal, unterstützt. Und ich sage jetzt aber noch nicht, was es ist. Und wir holen uns jetzt, wie gesagt, erstmal ein klein wenig Holz. Ah, da haben wir auch ein Team. Das ist nicht so nice. Oh, den ersten haben wir. Der andere ist anscheinend das Bogenschützen-Kit und den haben wir auch. Aber da hinten ist noch ein Gegner, den hole ich noch ganz gerne. Ich wollte es eigentlich sagen, dann kann ich jetzt mit dem Thema ansprechen anfangen. Aber wenn hier ein Gegner ist, können wir uns dann auch noch holen. Will er uns in eine Falle locken? Das sieht alles ein klein wenig merkwürdig aus, oder? Ja, ich habe es doch gewusst, Leute. Ah, da wurden wir Gott sei Dank geportet. Ich habe leider keine Milch und habe auch nichts zum Regenerieren. Okay, da ist auch der Effekt schon vorüber, sage ich jetzt einfach mal. Und den haben wir bekommen. GG auf jeden Fall. Und jetzt komme ich vielleicht endlich mal, wenn es hier mal Ruhe ist, zu dem ersten Thema, das ich ansprechen wollte. Und in dem ersten Thema geht es um meine Livestreams, um Livestreaming. Und eigentlich ist es viel zu kompliziert gesagt. Ich will eigentlich einfach nur im Livestream ankündigen, der morgen sein wird. Für euch ist es dann heute, weil das Video kommt an dem Tag, wo der Livestream kommt. Okay. Ähm, ja, ist kompliziert, was ich hier labere. Ich hoffe trotzdem, dass ihr versteht, was ich meine. Einmal getroffen. Ah, jetzt hat der doch noch bekommen. Ich habe gedacht, dann könnten wir ihn abstauben. Und, also ich will einen Livestream ankündigen. Wie gesagt, der kommt an Freitag. Für euch ist es dann heute. Und wir sterben. Nein, die wollte ich nicht werfen. Oh mein Gott. Wir verpissen uns, Leute. Und, wie gesagt, es würde mich freuen, wenn der eine oder andere feurige Boy von euch in meinen Livestream morgen, also am Freitag, für euch heute dabei wäre. Und würde mich auf jeden Fall mega unterstützen, Leute. Würde mich mega freuen. Würde mich unterstützen. Und dann können wir einmal den hier machen. Dann haben wir eine Diabrus. So. Wir brauchen jetzt noch bessere Schuhe auf jeden Fall. Wir müssen aufpassen, wenn der sich jetzt zu uns portet. Genau das habe ich gemeint, weil wir sind noch relativ low. So. Wir müssen jetzt natürlich erstmal regenerieren. Aber die hat schlechtes Equipment. Ich sage jetzt die, weil es Mädchenskin ist. Okay, haben wir uns mal gegönnt. Verstehe das nicht falsch, weil es ein Mädchen ist gegönnt, ne? Na ja, ja. Klar, ja, Phönix, ne? Ja, ja, Phönix, PIP. Da kannst du mir nichts erzählen. Ne, Spaß beiseite. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem zweiten Thema. Und in dem zweiten Thema, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, Leute. Ich glaube, ich habe es am Anfang auch gesagt, dass es ein Thema gibt, das wir sehr am Herzen liegt. Und wir sind schon wieder so gut wie tot. Deshalb bleiben wir hier. Erstmal hier oben, würde ich sagen. Star Wars The Clone Wars, ich weiß, ihr habt mich nicht wegen Star Wars abonniert. Ich habe schon zwei Star Wars Videos auf diesen Kanal gebracht. Leute, aber es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Also an alle Star Wars Fans oder alle auch die Star Wars The Clone Wars einfach unterstützen wollen. Weil es seit drei Jahren, glaube ich, dreieinhalb Jahre nicht mehr kommt. Leute, ich bin mit Star Wars The Clone Wars aufgewachsen. Ich bin durch Star Wars The Clone Wars Star Wars Fan geworden. Und Leute, ich habe ein Video heute, also für euch ist es wahrscheinlich gestern dann gewesen, hochgeladen. Das irgendwie heißt, Finished Star Wars The Clone Wars. Die siebte Staffel kam nie, war aber schon produziert. Es wurden nur noch die Grafikdetails hätte noch gefehlt. Und die Stimme und so mussten etwas optimiert werden. Aber sonst wäre es schon fertig. Deshalb wäre es für Disney ein leichtes Star Wars The Clone Wars Staffel 7 fertigzustellen und Star Wars The Clone Wars damit zu beenden. Deshalb habe ich dieses Projekt oder dieses Video gestartet. Und mich würde es freuen, wenn alle Leute wirklich dieses Video angucken. Dieses Video auf Social Media Plattformen teilen. Und das wäre wirklich mega nice für das Star Wars The Clone Wars. Schätze ich mal, mega supporten, Leute. Mir würde wirklich, das würde mich wirklich so verdammt freuen. Ups, ich habe gedacht, das wäre eine Angel, wo wir da hätten. War es leider nicht. Und das würde mich wirklich mega freuen. Und weil, wirklich, es war meine Kindheit, Star Wars The Clone Wars. Oh, das tut mir jetzt natürlich leid. Gott sei Dank wurde der aber geportet. Und das war auch schon so das zweite Thema, Leute. Und das war auch schon so. Ihm geportet. Ah, da hat er uns eine krasse Combo verteilt. Ein Herz. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in einer zweiten Runde. Und bis gleich, Leute. Ja, so, ich würde sagen, wir kommen jetzt aber auch schon mal zum dritten und damit auch letzten Thema für dieses Video. Ich denke mal, das ist jetzt die zweite Runde und das Video wird schon wieder richtig lang. An die acht Minuten ist aber egal. Ich würde sagen, im letzten Thema geht es um das Let's Play Portal 2, Leute. Ich weiß, ihr habt mich deswegen auch nicht abonniert wegen Portal. Aber ihr merkt, letzte Zeit kommen Faktenvideos, Minecraft-Video, Portal-Videos, Livestreams, ähm, Star Wars-Videos teilweise. Und ich bringe halt gerade wirklich das, was mir mega Fun macht und wichtig ist. Und ich wollte sagen für die Leute, die das Let's Play Portal verfolgen oder noch verfolgen wollen, also Let's Play Portal 2, ähm, die Portal-Videos werden jetzt immer Freitags, Samstags und Sonntags kommen. Also jeden Tag ein Video, also von den drei Tagen, Samstags ein Video, Freitags ein Video und Sonntags ein Video von Portal. Unter der Woche kommen dann Minecraft-Videos und halt die ganzen anderen Videos, die normalerweise auch kommen. Und, ja, das Portal beeinflusst jetzt nicht irgendwie, ähm, Minecraft oder so. Nö, es kommt ganz normal Minecraft natürlich und, ja, soviel dazu. Ja, wir haben ja kein Essen, ja, Chichiro auf jeden Fall. Ich würde trotzdem sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Lasst doch einen Daumen nach oben, wenn es euch so gefallen hat. Wenn es euch so von Horka gehauen hat, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Würde mich mega weiterhelfen und auch mega freuen. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Guckt ihr im Stream vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, habt ihr Phönix in eurem Namen, leuchten alle feuerroten Farben. Und damit, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.